Hallo Freunde, eine neue Ausgabe von FCMotoTV liegt vor uns. Heute geht es um Helmberatung im weitesten Sinne. Dazu habe ich mir auch eine Assistenz ins Studio geholt. Ich würde sagen, bis gleich. So Leute, auf geht's. Ihr werdet euch wundern, ich stehe ein bisschen außermittig. Ich habe Assistenz und damit wir genug Abstand haben wegen unserer Corona-Problematik, müssen wir etwas Platz lassen. Ich würde sagen, komm mal rein. Und der Goscha stellt sich jetzt selber vor. Genau. Hallo, wie gesagt, ich bin der Goscha, mache ein Praktikum bei FCMoto und ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Und ich freue mich auch, dass er da ist. Wir legen jetzt einfach mal los. Wie gesagt, wir machen eine Typberatung und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Integralhelm. So Leute, wir fangen mit dem Integralhelm an. Der Goscha tut mir jetzt mal den Gefallen, zieht den Helm über. Und was mir als allererstes natürlich einfällt ist, wer einen sicheren Helm sucht und die Sicherheit als absolute Prämisse an erster Stelle setzt, der kommt um den Integralhelm nicht drumherum. Das bedeutet, die komplette Helmschale und das Kinnteil sind ja homogen. Eine Struktur aus einem Material gegossen oder laminiert, je nachdem, was es für ein Material ist. Und was Stabileres, wie gesagt, was das angeht, gibt es nicht. Er lässt den Helm mal an. Ich zeige euch das mal bei einem Schwestermodell. Das heißt, die Festigkeit, die ich hier oder die Kraft, die ich hier benötige, um den Helm hier zu verformen, ist deutlich größer als das, was ich euch jetzt gleich bei den anderen Modellen zeige. Es gibt aber dann bei so einem Helm nicht nur Vor- und Nachteile. Bevor ich zu den Nachteilen komme, ein letzter Vorteil. Ich schließe ruhig mal das Visier ganz kurz. Das heißt, dieses Visier stützt sich ja rundherum an der Helmschale ab und wäre damit natürlich auch viel, viel stabiler als Visiere, die nur ihre zwei Lagerungen hier oben haben. Vielleicht auch im Stirnbereich, aber unten flattern sie in der Luft. Das heißt, auch da ist das Visier ja nicht nur wie ein Wetterschutz, sondern das Visier ist auch gleichzeitig oder vor allem ein aktiver Schutz, was Steinschlag angeht, was ein eventuelles Rutschen über den Boden angeht. Also von daher, Visiertechnik ist auch ein wichtiger, wichtiger Bestandteil beim Helmkauf. Jetzt holen wir noch mal ganz kurz Luft. Wir fangen mal an, denn es gibt natürlich auch ein paar Nachteile beim Integralhelm. Und da müssen wir natürlich auch schon ein bisschen drauf eingehen. Und die sind von der Wertigkeit für euch vielleicht auch immer sehr unterschiedlich. Das müsst ihr dann irgendwo einjustieren. Zieh ruhig mal deine Brille an, denn der Goscha ist Brillenträger. Okay, das hat jetzt relativ gut geklappt, dafür, dass das der erste Versuch war und der Helm ja auch noch neu ist. Das wird also dann im Gebrauch in der Regel immer etwas einfacher, aber es ist ein Ticken mehr Aufwand. Und auch da ist es so, dass Alternativhelme, die wir gleich euch vorstellen werden, diesbezüglich viel, viel besser funktionieren. Also die Brillenverträglichkeit bei einem Integralhelm ist immer etwas eingeschränkt. Die Hersteller, die da ein bisschen Wert drauf legen, die machen dann hier immer separate Brillenkanäle, dass das ein bisschen einfacher ist. Aber ganz ehrlich, eine Brillenverträglichkeit hängt ja nicht so sehr davon ab, wo der Brillenkanal ist, sondern wo die Ohren bei euch individuell am Schädel sitzen. Ich sage jetzt nicht, dass die Ohren dann hier unten irgendwo sitzen, aber der eine hat es etwas höher, etwas weiter vorne. Also von daher, das muss individuell ausprobiert werden. Bei ihm hat es jetzt ganz gut geklappt, aber es gibt andere Helme, wo es besser funktioniert. Das zweite Problem ist, mach ruhig mal das Visier, schließe das Visier ruhig nochmal und atme mal stark aus. Gut, bevor du mir jetzt erstickst, ruhig nochmal öffnen. Ihr seht, sowohl das Visier beschlägt, als auch die Brille. Das bedeutet, dass natürlich der Vorteil des Integralhelms des geschlossenen Systems auch gleichzeitig der Nachteil ist. Durch das geschlossene System findet nicht mehr so eine große Ventilation statt. Die meisten Hersteller treiben da einen sehr hohen Aufwand bezüglich Belüftung, Entlüftung im Stirnbereich, im Kinnbereich oder durch einen eintretenden Luftzug unter das Kinnteil hindurch. Aber insgesamt ist der Tragekomfort bezogen auf das Klima bei einem Integralhelm immer etwas schlechter als bei den zum Beispiel offenen Helmen. Zum Beispiel bei 35 Grad plus wird so ein Helm, wenn er durch die Stadt fährt oder im Stau Stop and Go auf der Autobahn, das kann schon mal ein Problem werden. Denn dann findet keine Hinterlüftung oder Belüftung statt und der Helm heizt sich dann immer weiter auf. Auch da ein kleiner Tipp, ein heller Helm, ein weißer Helm ist so circa 3 bis 4 Grad kühler als entsprechend der Helm in schwarz. Und vielleicht auch da noch zur Aufklärung, würde so ein Helm, ich sage mal, ihr seid im Freibad und dann steigt er am Ende des Tages auf euer Moped, zieht den Helm an, der den ganzen Tag in der Sonne lag, dann ist es in der Tat so, dass ihr dann in so ein Heizkissen steigt. Wenn ihr fahrt, ist der Styroporkern, die EPS-Schale, quasi eine Art Isolator. Aber wenn er sich halt aufgeheizt hat, ist er auch der umgekehrte Isolator. Dann wird Wärme im Helm gehalten und er kühlt deutlich langsamer aus. Also von daher immer ein bisschen im Schatten lagern. Das ist grob das, was man erstmal zu den Vor- und Nachteilen sagt. Ein ganz wichtiges Kriterium würde ich jetzt bei allen Helmen mit anschließen oder mit diskutieren oder zur Diskussion freigeben. Erste Hilfe-Zugänglichkeit bei einem Integralhelm ist natürlich immer ein Problem. Ganz offen und ganz ehrlich, mein letzter Erste-Hilfe-Test ist vor ungefähr, vor circa 15 Jahren hätte es stattgefunden. Aktuell heutzutage würde ich mir tatsächlich nicht zutrauen, einen eng sitzenden Helm, einem Verunfallten abzunehmen. Das wäre natürlich bei Alternativhelmen etwas einfacher. Von daher, das wäre ein kleiner Nachteil beim Integralhelm, dass der Erste-Hilfe-Zugang schlechter ist. Und die Diskussion ist ja nun, dass man sagt, wenn einer ansprechbar ist als Verunfallter, dann bleibt der Helm drauf und die überlasst das dem Personal, Notfallsanitäter oder Notarzt. Ansonsten, wenn der Verunfallte nicht ansprechbar ist, muss der Helm halt abgenommen werden. Ich muss halt irgendwo die Möglichkeit haben, Mund-zu-Mund-Beatmung. Und das ist natürlich in so einem Fall nicht möglich. Ich weiß ja nicht, wie engagiert ihr seid. Ich müsste theoretisch nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs machen, um gerade sowas zu üben. Ist nicht verkehrt, wenn man dann souverän an der Unfallstelle reagieren kann, dass man auch als vermeintlicher Laie einen Helm demontieren kann. Oder abnehmen kann. Jetzt würde ich euch aber nicht vollsülsten. Ich möchte nochmal den Goscha zu Wort kommen lassen. Wie fühlt sich in dem Helm? Ein sehr schöner Helm meiner Meinung nach, aber ist jetzt... Zieh ruhig mal aus, zieh ruhig mal aus, genau. Erzähl. Ein sehr schöner Helm, der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die Farbe ist halt Bombe von dem Helm. Aber ich fühle mich auch sehr kompakt durch den Kieferschutz hier vorne. Und ja, ich lasse es mal so. Er fährt selber eine 125er. Von daher, das sind auch Fahrzeuge, die schon ziemlich flott unterwegs sind und hat auch eine gewisse Helmerfahrung. Also von daher höre ich mir schon an, was er sagt. Und ich denke mal, dass wir damit auch was anfangen können. Ich würde sagen, wir gehen jetzt, machen ein kurzes Break und dann gehen wir mit dem nächsten Helm. Fahr mal fort. Okay, dann machen wir weiter mit dem Jet-Helm, um dann direkt auch den Spagat zum genau entgegengesetzten Helmmodell zu bekommen. Und auch da gehen wir einfach hin und versuchen, Vor- und Nachteile einfach mal gegeneinander abzuwägen. Der Goscha-Ton mir ist ein Gefallen und zieht einen Helm auf. Und dann sagt man mal ein paar warme Worte dazu. Und was ihr als allererstes bemerkt, ist, der hat mit der Brille im Grunde im Grunde genommen keine Probleme. Das heißt, die Brille bleibt an, Hände drüber gestülpt. Das ist ein riesen Vorteil für den Jet-Helm. Ein weiterer Vorteil ist aber, das wird euch der Goscha jetzt sagen, was sagst du zum Gewicht? Gewicht ist super leicht. Ich finde, der ist super angenehm zum Tragen ebenfalls. Und das Schöne ist, ich kann auch frei reden. Also ich habe jetzt nichts vom Mund, was mich stört. Und ich sehe auch alles. Also ich habe die volle Sicht wie normal eigentlich auch. Das heißt, das sind weitere Vorteile. Ihr habt eine wesentlich bessere Rundumsicht. Und das Gewicht ist deutlich leichter. Wir reden beim Gewicht von circa einem Pfund Unterschied. Für die Leute, die es jetzt noch nicht mehr kennen, weil das Wort Pfund vielleicht so alt ist, ist es ein halbes Kilo. Aber das auch nur am Rande. Oder 500 Gramm? Kommt hin. Okay, kommt hin. Gut, okay. Ein kleiner Nachteil bei dieser Geschichte ist natürlich, er hat jetzt eine Visiertechnik verbaut. Zeig ruhig mal, wie das Visier funktioniert. Das heißt, das ist natürlich jetzt ein Visier, das mehr so Wind- und Wetterschutz. Ich sage, das ist ein Alibi-Visier. Wind- und Wetterschutz funktioniert bezogen auf die Augen. Die sind ganz gut geschützt. Kleine Aussparung für die Nase. Aber ansonsten ist das Gesicht frei. Das heißt, der Schutz gegenüber Steinschlägen als Beispiel ist natürlich nur die halbe Miete. Und das wäre ein kleiner Nachteil. Ich habe zwar den anderen Helm jetzt schon in die Hand genommen. Wir haben ein Alternativmodell von Bogotto. Es gibt auch verwandte Helmtypen. Da ist das Visier bis unten zum Kinn oder übers Kinn sogar gezogen. Da ist der komplette Gesichtsbereich im Windschatten. Und du kannst ihn gerne auch mal nehmen als Alternative dazu. Ihr seht selber, das ist im Grunde das Doppelte an Visierlänge. Damit hat es natürlich auch quasi doppelt so viel Wind- und Wetterschutz. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen. Denn gleichzeitig ist das, was den Vorteil darstellt, natürlich auch der Nachteil. Wie gesagt, Gesicht ist ungeschützt. Kinn ist ungeschützt. Der Helm ist zwar etwas angenehmer bezogen auf das Helmklima. Auch wenn er mal eine Stadt durchfährt, ist einfach durch den großen Luftaustausch das Klima spürbar besser als beim Integralhelm. Ein Nachteil ist natürlich, da achten vielleicht viele Leute gar nicht drauf, durch den fehlenden Bügel, also die fehlende Struktur, ist es so, dass die Flexibilität hier natürlich eine sehr, sehr große ist. Das wäre mir, ich habe das eben gesehen, das wäre mir mit dem Integralhelm nicht möglich. Also auch da ist das ein Rückschritt im Gegensatz zur Festigkeit. Und ihr müsst einfach abwägen, sind euch die Dinge, die jetzt unter anderem auch der Goscher angesprochen hat, also Ventilation, Gesichtsfeld, Brillenverträglichkeit, ist euch das wert, bei einem Helm Abstriche zu machen bezüglich der Sicherheit oder geht ihr hin und sagt, die Sicherheit ist für mich das A und O. So, dann nehmen wir den Goscher nochmal ins Boot. Was fällt dir noch ein? Hast du noch einen Vor- und Nachteil? Ich persönlich fahre sehr gerne mit dem Roller in die Stadt und da ist halt super praktisch, den Helm unter die Sitzbank zu packen, denn da ist meistens genug Platz für einen Helm, für einen Jethelm, aber nicht für einen Integralhelm. Und deswegen, das wäre wahrscheinlich der Kauffaktor. Ist natürlich ein wichtiger Punkt, denn wir haben ja nicht nur Mopedfahrer hier, Motorradfahrer, wir haben auch genug Rollerfahrer und das muss ja nicht unbedingt ein 50er sein, das kann auch was Schweres sein. Mir fällt natürlich noch ein, als sehr, sehr wichtiges Argument, der Jethelm ist natürlich perfekt, was eine eventuelle Erste-Hilfe-Zugänglichkeit angeht. Das heißt, der Ersthelfer am Unfallort kommt gar nicht in die Verlegenheit, den Helm abnehmen zu wollen, weil Gesichtszugang perfekt ist. Das heißt, das ist ein gravierender Vorteil, aber der Hinweis sei mir erlaubt, das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber ich sage, er hat zwar die erste, die beste Erste-Hilfe-Zugänglichkeit, aber er braucht sie auch. Also von daher, ich bin da nicht ganz unvoreingenommen. Das ist im Grunde genommen so, dass die Zusammenfassung, was den Jethelm angeht, aber wie gesagt, der Punkt am Schluss mit dem Roller, da wäre ich jetzt, den hätte ich jetzt zum Beispiel nicht auf der Agenda gehabt. Okay, machen wir weiter mit dem Klapp-System-Helm oder Modularhelm. Da streiten sich die Leute immer noch drüber, wie die richtige Bezeichnung ist. Da bitte ich den Gosche auch einfach mal, die Murmel anzuziehen. Und ich sage, dass der Klapp-System-Helm quasi die Symbiose darstellt zwischen dem Jethelm und dem Integralhelm. Er vereinigt viele Vorteile bei den Systemen, hat aber auch einige Nachteile. Und da gehen wir jetzt explizit drauf ein. So, vielleicht auch noch ein paar Worte, die wirklich wichtig sind, was so diese Grundausstattung und Grundkonstruktion angeht. Er hat den Helm jetzt hochgeklappt. Tu mir mal einen Gefallen, Goscha, schließen nochmal. Klar, daher stammt jetzt auch der Name Integralhelm, weil es gibt immer noch genug Leute, die sagen, dass ein Klapp-System-Helm ein Integralhelm sei. Ich persönlich würde das von meinem Sprachgebrauch nicht benutzen, diese Begrifflichkeit. Problematik ist folgende, dass der Integralhelm ja das durchgegossene System hat, sprich Schale und Kinnenteil sind ein Verbund. Und das, was ich euch jetzt sage, ist ein Vorteil bezogen aufs Aufziehen. Denn sobald oder solange das Kinnenteil hochgeklappt ist, hat auch dieser Helm eine sehr, sehr flexible Struktur. Der wird erst stabil in dem Moment, wo auch der Kinnriemen geschlossen ist. Der Vorteil dieser Konstruktion ist natürlich dann der, dass wenn ich in den Helm reinschlüpfe, das hat der Herr Goscha euch eben gezeigt, ich ja nur den Riemen greifen brauche und ziehe dann den Riemen ein bisschen auseinander, ziehe ihn dann über und dann ist null Kontakt am Brillenbügel. Das ist wie gesagt ein riesiger Vorteil. Und jetzt kommen wir aber zum Nachteil. Ich persönlich denke und ich würde das auch wirklich vor anderen Leuten entsprechend verteidigen oder rechtfertigen. Mir kann niemand erzählen, dass eine gewollte Struktur des Integralhelms von einem Klappsystemhelm erreicht wird, von der Festigkeit. Das heißt, dieser wegklappbare Kinnbügel ist genau am Janier für mich eine Sollbruchstelle. Daraus ergibt sich natürlich ein kleines Problem. Denn hättet ihr einen Unfall und ihr würdet sehr, sehr unglücklich genau auf den Janierbereich fallen, dann kann es natürlich sein, dass eben die angesprochene gute Erste-Hilfe-Zugänglichkeit Probleme bereitet, weil der Kinnbügel vielleicht blockiert. Muss man sich natürlich mit beschäftigen, mit einer Theorie, die sein kann. Und wenn ihr mal in irgendwelchen Foren unterwegs seid, werdet ihr auch durchaus auf den einen oder anderen Fall diesbezüglich stoßen. Jetzt lassen wir den Goscher nochmal zu Wort. Wie fühlt sich der Helm an, im Sinne von auch was das Gewicht angeht? Um ehrlich zu sein, Helm ist schon sehr schwer. Also im Vergleich zum Jethelm oder zum Integralhelm ist er doch deutlich schwerer. Und ich denke, ich werde eine ordentliche Nackenmuskulatur nach einer schönen Reise mit dem Helm hier haben. Gut, dass ihr es anspricht. Wir reden hier von ca. 17, 750 Gramm. Die anderen Helme sind roundabout, also Integralhelme, um die 200, 250, 300 Gramm leichter. Auch das ist ein Kriterium, auf das ihr achten müsst. Denn ein hohes Gewicht, wie gesagt, ist nicht nur beim Unfall ein Kriterium, das die Risiken erhöht, sondern auch ein Tragekomfortproblem. Die letzte Geschichte, die vielleicht mir noch sehr auf der Seele liegt, als, das ist weder Vor- noch Nachteil, nur eine kleine Aufklärung. Es gibt einige Helme, die sich Modularhelme nennen. Die haben auf ihrer Normetikette den Buchstaben P und J. P und J bedeutet, dass die Helme in beiden Kombinationen gefahren werden können, sowohl mit hochgeklapptem Visier als auch mit geschlossenem Visier. Wichtig in dem konkreten Fall ist, bei beiden jetzt hier gezeigten Modellen ist es eine P-Norm. Das heißt, die Helme dürft ihr nur fahren, wenn der Kinnbügel verschlossen ist. Der Vorteil ist natürlich die prima Unterhaltung. Es gibt bestimmte Berufsgruppen, die davon extrem profitieren, wie Polizisten, wie Fahrlehrer und, und, und. Aber gefahren werden, also sobald die Fuhre unterwegs ist, muss das Kindteil vernünftig verschlossen sein. Und alle anderen Zustände mit geöffnetem Kindteil, die dürfen nicht auf dem fahrenden Motorrad benutzt werden. Helme, die dann so konstruiert sind, dass man auch mit geöffnetem Zustand fahren kann, also da wird der Begriff Modularhelm schon öfters benutzt, da verschwindet das Kindteil in der Regel komplett im Hinterkopfbereich. Da werden wir aber nochmal eine separate Folge drüber machen, denn das wird immer nischenmäßiger und damit auch immer spezieller. Dieser Typ von Helm darf dann nicht gefahren werden und die Erklärung ist, das muss natürlich hinterher geschoben werden, dass so ein hochklappendes Kindteil bei einem eventuellen Unfall natürlich verhaken könnte mit irgendwelchen Widerständen. Ob das Bochsteinkanten sind, Fahrzeuge, was auch immer. Also von daher, das wird zwar aus der Bequemigkeit schon mal öfters gemacht, und ihr habt das auch bestimmt schon mal gesehen, dass einer mit geöffnetem Kindteil fährt, aber es ist offiziell dann nicht statthaft, wenn der Helm nicht P und J freigegeben ist. Mit einer weiteren Spielart fahren wir fort, und zwar mit dem Crosshelm. Das heißt, ich bitte den Goscha einfach nochmal den Crosshelm anzuziehen. Und klar, mit deiner Brillenverträglichkeit, das muss halt ausprobiert werden, der Helm gefällt dir besonders gut. Genau, die männlichste Farbe von allen, rosa, steht jedem Mann. Besonderheit beim Motocrosshelm ist, dass er erst einmal die gleiche Struktur hat wie ein Integralhelm, das heißt, das Kindteil ist mit der Schale vergossen und hat damit natürlich auch entsprechend diese relativ hohe Stabilität. Unterschied zum Konventionellen Integralhelm ist, dass das Kindteil sehr weit nach vorne gezogen ist, und durch dieses nach vorne gezogene Kindteil bekommt Mund und Nase eine deutlich größere Freiheit, und das Gesichtsfeld wird viel, viel größer. Der Nachteil ist natürlich dadurch, dass ein Crosshelm in der Regel keine Visiertechnik hat, dass der Helm mit einer Motocrossbrille dann gefahren werden muss. Und jetzt ist der Goscha Brillenträger. Es gibt Brillen, die nachträglich aufgezogen werden. Die sind auch für Brillenträger geeignet. Die haben also in der Regel einen Brillenkanal. Aber ihr müsst natürlich zwingend dann das ausprobieren, wenn ihr denn Brillenträger seid. Er hat schon darauf gezeigt, ihr müsst, um eine Brille zu montieren, natürlich ein Widerlager an der hinteren Helmkante haben. Manche Anbieter machen das mit einer Lasche, die dann verdrückt werden kann, wo das Brillenband durchgezogen wird. Und er macht es einfach über die Struktur der Schale, dass das Band da nicht abrutschen kann. Ist ein kleines Detail, aber wichtig, denn wenn euch permanent das Brillenband in den Nacken abrutscht, sitzt natürlich die Brille auch vorne im Gesichtsbereich. Semi-optimal, um das einfach mal so zu formulieren. Des Weiteren zeichnet sich der Helm aus, dass der ein sehr, sehr großes Schild obendrauf hat. Ob das jetzt ein Sonnenschild ist oder ein Windschild, wie auch immer man das nennen mag, ist einfach so ein typisches Cross-Accessoire. Ich sage einfach mal, dass wenn ihr wirklich im Gelände fahren solltet, dann ist es so, dass dieses Schild natürlich auch Dreck, der vielleicht vom vorherigen Fahrer aufgewirbelt wird, nach unten rieselt, nicht in euren Gesichtsbereich reinkommt, das wäre noch ein zusätzliches Argument. Aber der Nachteil ist natürlich, dass so ein Helm extrem empfindlich ist gegenüber Windeinflüssen bei höheren Geschwindigkeiten. Ich behaupte mal, dass so ein Helm über 80, 90 nicht mehr fahrbar ist, weil wenn da der Wind etwas unglücklich unter das Schild greift, das reißt euch direkt den Helm nach hinten und dann habt ihr das Kinnteil vorm Gesichtsfeld und damit seht ihr natürlich nichts mehr. Also das ist ein sehr kompromissloser Helm, der dann eigentlich auch dann benutzt wird, wenn man wirklich mal ein bisschen Offroad fährt oder ein bisschen mehr Offroad fährt. Da hat der auch eine gewisse Berechtigung. Was ein Riesenvorteil ist, und da muss ich jetzt den Goscher nochmal fragen, wie fühlt sich das Gewicht an bei der Murmel? Der ist super leicht, um ehrlich zu sein. Der ist sehr angenehm. Natürlich ist es wieder schwer zu sprechen, weil er hier vorne zu ist, wie beim Integralhelm auch, aber das Gewicht ist natürlich tipptopp. Ja, denn wie wir erwarten, der Helm ist trotz der Geschichte Integralhelm mit etwas über 1000 Gramm federleicht. Das ist natürlich auch ein Zugeständnis an die Situation, dass keine Visiertechnik verbaut wird. Und wenn man fair ist, muss man zum Beispiel das Gewicht einer Brille, einer Motocross-Brille als Beispiel, ja mit dazurechnen, das dann vom Kopf aufgenommen wird. Also von daher ist aber trotzdem die Ausdrucksbasis extrem leicht. Und das merkt man sofort, wenn man diesen Helm halt trägt. Vielleicht noch, um hinterherzuschieben, einer der Gründe, weshalb das Kindteil so weit weggeschoben ist, dass auch das Gesichtsfeld sehr, sehr groß wird, ist, dass bei einem Helm, der dann im Sporteinsatz benutzt wird, und das muss jetzt nicht Wettbewerbe sein, das kann genauso gut sein, dass er einfach mal irgendwo, wo er es dürft, ein bisschen Gelände fährt. Das ist einfach so anstrengend. Dann muss auch da einfach eine große Ventilation stattfinden. Und wenn das Fenster sehr klein wäre, oder vielleicht sogar noch eine Visiertechnik verbaut wäre, dann ist der Ventilation direkt einen Riegel vorgeschoben. Und dann würdet ihr da so drunter ölen, dass das dann unterm Strich auch keinen Spaß mehr macht. Trotzdem wird so ein Modell in der Regel immer so ausgestattet sein, dass die Futtermaterialien komplett demontierbar sind und komplett waschbar. Denn damit einfach mal eine Schlammpiste durchfahren, da kann ich euch versprechen, dass der Helm ziemlich lecker aussehen wird. Und jetzt machen wir die Sache rund, denn wenn wir den Crosshelm ansprechen als Integralhelm, müssen wir natürlich auch den Endurohelm ansprechen. Beide Helme haben eine sehr, sehr große Schnittmenge. Ich bitte jetzt einfach nochmal, den Helm anzuziehen. Denn solange ihr den anzieht, ist es tatsächlich so, dass ich auch noch so ein paar Informationen hinterher schiebe. Weil das alles Helme sind, die theoretisch auch in den Wettbewerb eingesetzt werden könnten, haben auch alle drei Helme im Gegensatz zu den erstgezeigten Helmen einen Doppel-D-Verschluss. Das ist so eine kleine Voraussetzung, um überhaupt Wettbewerbe, offizielle Wettbewerbe zu fahren. Aber die Leute, die bei der Verschlusstechnik zugeschaut haben, Ausstattungstechnik, die wissen, dass der Doppel-D-Verschluss mein favorisierter Verschluss ist. Und wie gesagt, diese Sportmodelle haben das einfach alle. Jetzt haltet ihr den Helm an. Ich bitte dich auch noch genauer, die Brille anzuziehen, wie das klappt. Oh, das ging jetzt mal sehr gut. Eventuell könnte man dazu sagen, dass du den Helm wahrscheinlich noch eine Nummer kleiner vertragen könntest. Ja, okay. Aber wie gesagt, das ist jetzt aber auch eine relativ massive Brille, die der Gosche anhat. Weil sobald das so filigrane Metallgestelle werden, kann das natürlich dann schon ein bisschen problematischer werden. Aber jemand, der einen sportlichen Enduro- oder Cross-Helm fahren möchte, der wird nicht bei einem Klapp-Systemhelm enden. Da ist das auch irgendwo so eine Image-Geschichte. Und ich sprach ja anfangs der Sendung von der Typberatung. Das hängt dann auch ein bisschen vom Typen ab. Gravierender Unterschied zwischen einem Enduro-Helm und den eben besprochenen Cross-Helmen ist, dass da eine Visiertechnik verbaut wird. Das heißt, die Visiertechnik heißt, ihr habt den gleichen Schutz wie bei den Mittigreichen. Das Visier stützt sich rundherum ab und wäre damit natürlich auch sehr, sehr stabil, was auch irgendwelche Sturzprobleme abdecken würde. Das Schild oben ist deutlich kürzer als bei dem reinen Cross-Helm. Damit wäre er nicht ganz so empfindlich, was höhere Geschwindigkeiten angeht. Und nicht zuletzt muss ich natürlich dazu sagen, das ist ein Helm, den kann man schon ein bisschen im Gelände benutzen. Aber er wird natürlich von den Herstellern auch gerne angeboten für die Leute, die mit einer Enduro unterwegs sind, die aber überwiegend auf der Straße gefahren wird. Das heißt, auch für höhere Geschwindigkeiten ist der Helm deshalb geeignet, weil man optional das Windschild demontieren könnte. Das ist so eine kleine Geschichte. Ich persönlich denke mal, wenn man auf einer Straßenmaschine einen Cross-Helm tragen würde, sieht das ein bisschen komisch aus. Während ich finde, dass man schon einen konventionellen Integralhelm auch auf einer Enduro tragen könnte. Und der böte halt mehrere Formen an. Denn wie gesagt, wenn das Schild oben demontiert wird, sieht der Helm schon komplett anders aus. Das Kinnteil ist ähnlich nach vorne gezogen wie beim Cross-Helm, vielleicht nicht ganz so stark. Denn wenn es dann so wäre, dass ihr mal den ein oder anderen Geländerit wagen wolltet, dann ist es tatsächlich so, dass damit natürlich eine größere Zirkulation stattfindet. Also, und nicht uninteressant, auch den Helm könnt ihr dann, wenn ihr es machen wollt, mit einer Brillentechnik fahren, dass das Visier also komplett demontiert wird. Ihr ändert nichts an dem Helm. Deshalb hat auch der Helm hinten diese angegossene Kante, damit das Brillenband entsprechend ein Widerlager hat, um nicht abzurutschen. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, die nicht uninteressant sind, gerade wo wir eben über Visier- oder Brillentechnik oder Brillentragen gesprochen haben. Schließ mal, Goscha, bitte das Visier und atme mal stramm aus, stark aus. Ihr seht, auch da beschlägt das Visier. Klar, wir sind ja im Studio, es ist keine Luftbewegung, aber bei dem Integralhelm war es natürlich so, dass das Visier sofort zugesetzt war mit Dampf, während auch die Brille beim Goscha eben bei dem Integralhelm ja komplett zugesetzt war. Also, die Luftzirkulation ist bei diesen Systemen mit diesem sehr nach vorne gezogenen Kinteil auf jeden Fall deutlich ausgeprägter. Leider heißt das auch automatisch einen kleinen Nachteil, denn bei einer Abstreiffestigkeit, ihr erinnert euch an das Thema Passform, ist es natürlich so, dass so ein Helm deutlich später blockiert beim Abstreifen, weil das Kinnenteil ja relativ weit entfernt ist. Also diese Faustregel, dass man sagt, mehr als drei Finger Abstand zwischen Kinn und Kinnenteil, wird oft von Enduro und Crosshelmen überschritten. Da müsst ihr individuell ausprobieren, ob dieser Abstreiftest auch bestanden wird im Sinne des doch großen Widerstandes, damit der nicht über den Hinterkopf abgerissen werden kann. Das ist es. Goscha, hast du noch was, was dir einfällt? Es gibt natürlich einen Favoriten für dich hier, ne? Ja, aber nee, das wär's. Leute, das war's schon wieder. Das waren die Stars. Ich hoffe, ihr habt jetzt einigermaßen Durchblick bekommen bezüglich der Helmtypen, Helmvielfalt. Was ist interessant für euch? Ein paar Worte noch ganz kurz in eigener Sache. Wir haben zukünftig oder mittelfristig vor, einige Folgen über Airbag-Westen abzudrehen und haben dazu in den nächsten Wochen hohen Besuch der Herstellerfirmen. Wir möchten euch bitten, einfach diesbezüglich einige Fragen, die euch auf der Zunge liegen, unter den Nägel brennen, über die Kommentarspalte mir persönlich auch zu stellen oder uns zu stellen, unabhängig von den Kommentaren zur heutigen Sendung. Die Hinweise, Links und alle Infos zu den Produkten, die ihr heute bei uns gesehen habt, wie immer in der Beschreibung unter unserem Video. Goscha, hast du noch was zu sagen? Genau. Abonnieren lohnt sich. Wir posten zweimal die Woche ein neues Video und hinterlassen dem Praktikanten ein Like. Ich finde, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Und weil wir heute Corona-mäßig sehr viel Abstand gehalten haben, würden wir uns auch Corona-mäßig verabschieden. Ich sage Tschüss und Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.